Moin Leute und herzlich willkommen zu Abgesmiffed. Es ist wieder soweit, Donnerstagabend, 18 Uhr, hoffe ich mal. Ähm, es wurde sich Wayne gewünscht, egal ob Nitzkinder oder nicht. Ihr wollt einfach mal ein bisschen Wayne Top sehen. Ich deliver. Äh, das ist hier alles noch im Rahmen von Platinum 1 bis Diamond 3, lohnt tatsächlich sogar schon. Äh, stehen 4-1 in den Placements. Und... Sind gegen den, äh, sind gegen den, äh, Rumble. Oh, das flasht auch. Ja, sweet. Zweiter Dorans. Nice, aber der Flash war ein bisschen unnötig, glaub ich, von der hier. Ah, es ist Mogana. Sollte fein sein. So oder so. Und es sind Zweiter Dorans für fucking hier. Das ist halt schon insane. Kauf es. Kauf es! Tu es! Okay, erstmal gucken, dass ich aufnehme und ich streame. Gut. Das ist schon mal korrekt. So. Geht top lane, warte mal. Sieg ein bisschen. Ah. So. Ja. Äh, ich bin mit Warlords gegen, äh, Rumble. Einfach, um den System zu haben, ein bisschen auf der Lane. Ähm, aber ich, ich denke, es sollte fein sein. Ich überlege, ob ich Hexdrinker gehe oder ob ich einfach direkt auf Damage gehe am Anfang. Vielleicht sogar Blade in der Art. Ähm, weil, es ist wirklich, ich würde ja im Endeffekt split buschen. Dann haben wir halt den Foto, dass er halt immer mit Dorans anfangen kann, eigentlich. Soll ich mit Warlords eigentlich total fein sein, gegen Rumble? Am Anfang. Ich sollte das eigentlich sustainen können. Äh, Spiel 18.012. Ähm, einfach für die Warlords Regeneration tatsächlich, damit ich ein bisschen mehr Healer. Und auch später halt. Weil sie sagt, er hat sich immer wieder angestorben. Da, 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 da. Bisschen Angst vor dem Kasek Gang, weil ich auch gerade pushe. Ah, ich überlege, was ich für das Item gehe. Ob es, äh, oh ja, what the fuck? Wie hat der denn gerade gemoved? Das war ja sehr weird. Ja, der hat sehr merkwürdig gespielt. Spielen wir mal gerade ein bisschen passiver. Das ist mir hier gerade ein bisschen zu riskant. Ja, da ist er. Sollte fein sein. Yep. Triple Gank. War ziemlich auf wie er ist. Aber Vayne tatsächlich mit dem Q und dem E ist es fein. Gegen Kha'Zix. Kha'Zix ist schon mal weg. Äh, ich bin schon on my way. Man verliert gerade Minions. Wieder ein bisschen ran, ihn zu bullien. Ich überlege gerade, ob ich, ich denke, ich werde den W-Maxen und ein bisschen in der Tech-Speed gehen. Also nicht der normale... Nicht der normale Build. Was heißt der normale? Infinity Edge mit Static. Das nicht. Das ist halt das Geilste, wenn man den Push kriegt. Und jetzt einfach mit Warlords wieder hochhehlen. Da sehe ich mich. Ich habe auch noch ein Potion. Als Sache. Wenn wir mal den Push haben. Okay. Sweet. Kha'Zix war gerade tot. Ich muss das an Turm. An Turm kann ich ihn viel geiler poken. Wenn wir mal Warden gehen. Ich weiß nicht, ob Kha'Zix hier ist. Ich spiele einfach mal YOLO. Ah. Gerade verdächtig, wie er auf mich zuläuft. Verdächtig. Das ist hier... Ah, der ist bottom. Nein. Können wir wieder hier voll aggressiv spielen. Oh, der Hit war kacke. Muss aufpassen, tatsächlich. Fuck. Deine Tower Shot war eklig. Aber... Warlords. Willkost ist gerade miss. Da ist der Willkost wieder. Äh. Wieder ein halbes Leben. Aber währenddessen hat er schon halt auch ziemlich viel regeneriert. Aber es war schon bei 29 Farben. Ich denke, ich werde bald Base-Scale und mir Lifesteal holen. Lifesteal und der Deck-Speed. Willkost gerade miss? Nevermind. Ich gehe Base. Ah, ha, ha, ha. Morgana. Ich habe meinen Lifesteal-Gun. Ah, sogar fucking Cutlass YOLO. Oh, das ist mir der Fall. Obwohl... Hm. Nee. Hä? Nee, mach ich... Ich kaufe es lieber so ein. Und gehen den mal... Naja, wie kann der denn sterben gegen den? Er muss doch eigentlich immer nur dodgen versuchen. Und wenn... Wenn irgendwie... Ähm... Wenn... Wenn der eh kommt... Black Shield. Zwölf von vorne. Passt auch noch. Sollte ich auf dem neuen Patch, ne? Für die Leute, die es noch nicht wussten. Oder nicht gezockt haben gestern und vorgestern. Und nichts mitbekommen haben. Ähm... Es ist der Warwick-Patch. Aber ich habe ihn gestern tatsächlich einmal gesehen. Und er wäre... Relativ useless. Super useless tatsächlich sogar. Alter, der Weltkost macht hier 1v5. There we go. Wir haben auf jeden Fall gute Entscheidung, Lifestyle zu gehen. What the fuck? Holy shit, der Schaden. Ich hätte direkt rausfließen sollen. Alter. Und früher 1. Damn. Alter, hab ich ja gut geschlitzt. Werde ich vielleicht doch brauchen. Ähm... Mehr. Nee. Noch Flash, noch Flash, noch Flash. Ah, er hat keine Ultimate noch. Komm sehlich ran, Bro. Ich glaube, er hat Flash. Also, warte, wir ein paar Items kriegen. Ah, ich weiß nicht. Bin ich gerade greedy und kaufe mir keine mehr? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Vor allem noch, weil der Weltkost super fett ist. Eigentlich bräuchte ich hier. Immer. Greedy. Wir sind im Farben noch vorne. Ich gehe pink und ich pushe das hier und dann gehe ich base. Oh, ja. I bait. I bait. Ich seh nichts Wow Wow Wie unlucky Alter, hätte ich den Kill bekommen, wäre das ganze Game over, ey Oh mein Gott, wäre ich strong Alter, der hat einen Hit überlebt Oh mein Gott, ich habe nicht geguckt auf das Leben von dem Holy Shit, das war richtig unlucky Oh Mann Goddammit Oh, ich falle jetzt richtig viel Jetzt hat er mich sogar in Farm eingeholt Holy Shit, da ist XP vorne Farm, jetzt mittlerweile gleich auf Oh, die bin jetzt Schön, war da Nice Fuck Fuck Oh, der Miss Hab schon Schade, aber Turm, Wolf Ich weiß nicht, ob wir die Botlane hier schicken können, gegen Rumble, aber er hat jetzt Double Buff und Mask Holy Fuck, er muss einmal Ulti, ich bin tot Wenn er die gut platziert Wenn er die gut platziert Was, er wird sehen Kann top kommen Weil er macht halt auch eigentlich ganz schön Oh shit Oh shit Ah, der, der tut soo weh Er macht Aua Nicht schnell geworden, ich geh schnell drum machen das krieg ich aber davor noch wow er hat der vision hier ich habe flasher hat er meinen sogar ein wort woher ach so das ding stimmt ja da ist ja ich kann jetzt theoretisch am tour out plane naja der tom ist weg Ich muss einmal droppen Von dem Turm Alter, wieso habt ihr geulti'd? WTF? Wir haben Turm schon verloren, Alter Und... Ich glaube, der Rumble hat nicht geulti'd Oder hat er geulti'd? Ich denke nicht Was geht ab? Oh Mann, ey Hätte ich diesen einen Kill bekommen auf Rumble Alles wäre anders, ey Das ist richtig annoying, so was Ein so'n Unterschied God fucking damn it, ey Das war richtig bitter Fuck mal live Ei, ei, ei So viel hinten So viel behind Aber ich versuche jetzt Blade noch zu bekommen Und dann zu 1v1 Mit Blade Boah, ich muss jetzt richtig viel Money save Und... Da, da, da Okay Vielleicht können wir den hier holen Ah, hat schon mittlerweile auch schon das Armeidem Nicht so wichtig gegen den hier Was sehr wahrscheinlich, dass sie wahrscheinlich hier im Top spielen werden Gerade gleich Ah, da, da, da Keine Ahnung, ob, äh, 1v2 spielen kann Äh, 2v2 Das ist halt schon Level 11 Ich glaube, ich stirb zu schnell Ich hab das Gefühl Ich bin halt 2 Level hinten I don't know Ob das eine gute Idee ist Feels bad Flash raus Ah, nur ein Flash Mach ich ja nicht und die Ulti zünden brauchen Fuck Die Ultimate war komplett waste Da, 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 da Vielleicht hat er sie ja nicht gesehen Wenn ich die Ultimate gezündet hab Oh, da, die Hör nicht Die Hör nicht Für uns? Wow Aber den Minion verpasst Ich will nicht gegen die Catelyn gehen Aber ich glaube nicht mal, dass ich die Catelyn killen kann Aber naja, ich bleibe noch die 200 Gold Sobald ich Blade habe, werde ich dann probieren, wieder gegen ihn zu kämpfen Wirst du bald wieder Ultimate haben Wahrscheinlich kurz vor Level 13 der College Ich habe jetzt Blade Ich glaube, der Damage reicht immer noch nicht von mir Oh, was ist hier? Achso, der ist ja tot Schade Oh, wir haben auch noch Drachen verloren Oh, ein paar Schmitte Ich probiere den zu 1v1 Come at me Yesa AHHHHH Ich bin sicher, ich bin sicher Der D.P. AHHHHH Ich bin sicher, ich bin sicher Das ist Hama. Kann ich nicht irgendwie engagieren, ne? Dann Dann war es Schööö士 Kr tyk Ja, nice, Alter. Sweet. Zack, Stin war 4-2. Und wieso? Keine Ahnung. War mir gut, den Körper. Ich überlege gerade, was ich überhaupt gehe. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Damage, ne? So ein Infinity Edge. Würde ich mich schon sehen. Okay. Aufpassen, aufpassen. Ziemlich viel Money, ey. Wünscht, dass wir weiter pushen werden. So, ich habe mir die Schuhe. Und dann, äh... Ja, komm. Machen wir einen BF-Squat für bis... Oder? Gehen wir auf den WoW. Nee, gehen auf das. Wir kaufen uns aber schon noch einen Long-Squat. Ich kann gerade eh nicht so viel machen. Okay, ich will wahrscheinlich Bottom gehen. Okay, top. Könnte ich den Rumble machen. David Sonja ist noch. Ich fahre einfach den Shit. Oh, wow. Oh, wow. Alter, fahr mit einem AD-Carrier ist auch so eine Sache. So viel zu klicken. Anstatt einen schönen Tank mit Sunfire. Feels bad, ey. Ja, geilo. Ich bin ja gespannt, wen sie holen. Wahrscheinlich Kha'Zix, ne? Kha'Zix kann mich wahrscheinlich... Jawohl. Bin ich mir auch gar nicht so sicher. Gucken, wenn sie hier packen auf die Top-Lane. Hate-Lane. Oh, okay. Aber mit Janna. Welche auf dem Weg kann ich ihn catchen? Schade. Fuck, sie hat ja mich gesehen. Ach so. Gerade im Sweeper. Feels bad. Ah, ohne Ultimate jetzt ist es ein bisschen kacke. Rumble kommt top. I'm out. Schön den Drachen bekommen. Ich glaube, den Vel'Koz kann ich wieder outplayen. Oder? Oh. Easy. Der macht das immer so mit dem W und dem Q zusammen. Ich seh das gar nicht. Hätte ich Ultimate, wär das Freakil. Oh, mo. Fuck die shit. Oh, man ey. Das war so bad von mir. Ich wollte eigentlich den Q flashen, in ihn rein und dann einfach mit Blade killen. Aber irgendwie hab ich den Q gar nicht gesehen in dem W. So bad. Oh, man kann ich mal nicht vorhanden, naja. Fuck. Das war ein Freakil. Einfach gegen flashen. Blade. Und dann zack, zack, er hat alle Speils raus. Mit dem Q versuchen, den eh zu dodgen. Oh, shit. Oh, nice. Schön. Raus, mein Junge, raus. Ich kann halt unmöglich pushen gegen uns. Das ist halt insane. Mit Six und hier. Six und Morgana. Was wollen die pushen? Das ist halt crazy. Ich kann hier einfach splitpushen for free. Also, was heißt for free? Oh, what the fuck? Where come the Six? Ich will sehen. Careful, Baron. Oh, da. Did you see? Da, 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 da. Wir müssen halt echt für Baron aufpassen. Oh, to fear. Oh, da. Wo sind unsere... Ah, da. Jetzt haben wir unsere beiden Waveclears, nicht Mitte. Geil. Ach der, okay. Die verlieren super viel Top und Bottom. Und die haben nicht mal den Turm bekommen. Wir haben sogar Kill. Fuck, was ist für ein Game, ey? Oh, jetzt entfällt er die Edge. Oh, jetzt entfällt er die Edge. Die, die ich abholen kann. Wahrscheinlich nicht. Ich hab jetzt auch keinen Flash. Das Geile ist halt, ich kann halt sterben theoretisch, weil, wie gesagt, sie haben Waveclears. Solange sie nicht Burnen haben, ey, haben wir Waveclears ohne Ende. Warte, back, 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 ihr müsst das nicht machen. Warte, fuck, wieso macht ihr Baron? No need. What? Explodiert. Ich kann nicht mehr ran. Sweet. Sorry, I had phone call, what the fuck? Ah, jetzt kann ich mein Mord die ganze Zeit durchlaufen lassen. Wow, ich komm. Ah, ich komm, 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 ich komm. Ne Feuer. Wie brauche ich denn für Infinity Edge? Oh, ist eigentlich nichts. Oh, die kommt dafür. Kann zwar weggeben, sind nicht bereit dafür. Ich hoffe, es ist noch jemand. Oh my god, die Morgana. Sweet. Ah, da war zu viel von mir. Vielleicht hol ich mir jetzt sogar... Alter, ich hol mir jetzt Trinity Force. Schön Trinity Force, da sehe ich mich grad. Wir verlieren jetzt den Drachen, 100 pro. Zwei Erddrachen, da müssen wir aufpassen. Ich hab halt echt nicht den Burn-Ouer-Russian. Oh, die machen es nicht. Was ist hier los? Wieso machen die denn den Kack-Drachen nicht? Na, lieber Frozen Mallet. Ah, ich würde mich schon sehen bei einem Blade... äh, bei einem... bei einer Trinity Force. Na, wer kommt? So. Kha'Zix hier, Level 15. Oh, der kann mich gut one-shotten, außer ich Outplayen. Im Jump, R und Q. Ich muss Split-Pushen gehen, dann kann ich nicht was ich hier mache. Ich kann einfach Bottom... Ich kann einfach den Drachen soloen. Nice. Okay. Passed. Ja, nice, Alter. What the fuck? Vayne! Meine Mechanics auf der Elo hier sind anscheinend ausreichend, Kappa. Ja, geh, geh. Finish. Halt's auf. Wir haben eine Weltkost. Naja, wir sollten dich finischen. Wir würden uns alle töten. Was ist das ab? Naja, schade. Ich geh den noch machen. Eben schnell den Drachen. So, das und dann Stinger. Ja. 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 Wir haben einfach noch einen PD am Ende. Oder jetzt ein PD? Wie kostet das Ding überhaupt? Kann ich das Instant kaufen? Wo ist denn das? Ah, da. 2-5. Gut. Machen wir das erstmal. Kaufen wir noch ein Seel. Gehen wir zuerst BD. Gehen wir zuerst. Ja, nice. Gehen wir. Sweet. Geiles Game, oder? Tatsächlich, ey. Ich dachte am Anfang, werden wir gerippt, aber... ... ... ... troll kappa und ich habe getrollt vielleicht naja ich habe noch ein bisschen gemacht vielleicht sogar das wäre richtig mit dass du mir leid ja doch 20 was würde ich mich schon sehen 2400 gold habe ich full bild jetzt habe ich schon 50 prozent kriegt das ist schon besser und wir müssen aufpassen und steht wieso man nicht brennt wieso rasch die nicht team leute der ego sei es super schnell die haben auch ein erddrachen und mit kate wenn sie anfängt so drauf zu ballern ich hoffe dass auch einfach drauf die ultimate oder goleiter goleiter das könnt ihr klären ja nice Die Treffert ist ziemlich sweet. Day up! Als ob wir das jetzt hier noch verlieren. Mal gucken ob die Blu-Eyre-Blu ist mal ab. Vielleicht krieg ich den Weltkoster, dann kann ich ihn ... Das war's. Oh, wieso hat der ein Go gemacht? Leute, ich glaube, wir verlieren das Gang. Ich fühl's bad. Er hat nicht mehr so viel Leben. Aber wie soll ich da hin? Ich habe kein Wort oder sowas. Vielleicht einfach vorbei ist... Ah, jetzt kommt auch noch der Huitasun. Eieiei. Ich glaube, wir sollen aber groupen wahrscheinlich. Oh, was machst du? Flip. Ich verliere tatsächlich das Game noch. Scheiße. Scheiße. Das ist dann immer wieder droppen. Sanjas? Ich kann finishen gehen. Alter, wir verlieren tatsächlich. Wir haben's verloren. Das war zu geil, Alter. Frag mal live. Endlich einfach den Nexus angegriffen. Goddammit. Bitter, ey. Bitter, bitter. Mann, 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 doch. G, G, Leute. G, G. G, G. Feels bad. good. Ehehe Ich hatte sehr viel Spaß, wenn der M spotlight war. Hat mir ultra mega Spaß gemacht. Ähm. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Heute Abend noch. Schönen Abend wünsche ich euch. Dank euch für's einschalten. Bei Upgesmurvet. Wie jeden Donnerstag um 18 Uhr. Pünktlich auf die Minute. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Wie gesagt, das selbe Spielchen. Schreibt den in die Comments was ihr sehen wollt. Was für ein Champion. Ich bin vor alles offen. also ich habe hier noch ein bisschen rp übrig um auch champions zu kaufen gar kein ding champions die natürlich sinn machen also wenn mir mal so ein voli bär vorschlägt spiel ich in warwick die neuen kann ich auf der top einmal probieren wenn jemand sagt er will ich den unbedingt sehen reist ob weiß dass ich sogar niederleht ob wenn ihr unbedingt niederleht ob irgendwer sehen möchtet und die leute die masse ist möchte das format ist sie einfach gerade eure wunsch neuer wunsch mein befehl zum zocken die auf dem account hier dass er was ihr bock habt abboten nicht alles beim durchlesen und dann sehen wir uns nächste woche donnerstag macht so wieder tschüssi haut rein leute haut rein viel spaß im rank